Don't listen to that, das neue Album von die nicht maskierte Irrtum mit schroffen Beats mit harter Drohnen-Metal-Kost mit harschem Elektro-Noise aufgeladen mit sexuellen Inhalten mit aggressiven Punk-Beats mit dunklen Fässern und grellen Chip-Tunes die nicht maskierte Irrtum Don't listen to that Das Lecken Ihrer Katze kann Ihrer Gesundheit schaden. Daher fragen Sie vorher bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Was ist das für ein Scheiß Typ?